Warnung. Faktor-Facilites entdeckert. Entfernt auf eigenem Risiko. Es ist ein Art von einem roten Roboter. Was auch immer es ist, sieht es gefährlich. Für heute, die Dinge uns ignorieren. Es ist gut, dass es da so weiterhängt. Da gibt es noch einen verlassen. Ja, dann gehen wir doch mal verlassen. Für heute, die Dinge uns ignorieren. Beste, es da so weiterhängt. Warnung. Faktor-Facilite entdeckert. Es ist ein Art von Wastewater. Der Kürtel schützt all die Schmerzen gegen die Städte. Städte. Noch was Schönes hier, irgendwie. Red doch mal mit ihm. Ohne Arme. Ich dachte, du könntest ihn distraken. Und dann was? Äh... Wir sind nicht für die Schmerzen. Okay, aber mehr haben wir hier nicht. Dann müssen wir den wahrscheinlich später irgendwie... ...wegschießen. Mit dem Raketenwerfer. Dann holen wir uns jetzt erstmal den Motor. Das ist ja unser nächster Anhaltspunkt quasi. Okay, warst du der Motor? Du warst der Motor. Ja, alles klar. Bitteschön. Nicht schlecht. Bitteschön. Ist das ein Kompliment oder ein Insult, Boss? Kompliment. Warte mal, dieser Motor ist verbrochen. Die Koppelweinung wurde verbreitet. Alles, was sie so ist, Tyro. Und ich habe nie etwas über die Koppelweinung gesehen. Du bist ein guter Stück von Werk, Leopold. Ich habe nie etwas über die Koppelweinung gesagt. Jetzt willst du verbreiten? Lass uns verbreiten. Bitteschön. Bitteschön. Der Motor wurde von der Koppelweinung entfernt. Und ein Tipp fürs Leben, wenn er jemals überlegt, ist es eine Beleidigung oder ein Kompliment, geht davon aus, dass es ein Kompliment ist. Das macht das Leben so viel einfacher. Hey! Sie hat mir das als Token ihrer Affektion gegeben. Ich gebe dir alles, was du willst, wenn wir hier fertig sind. Ich glaube, ich will ein Token Ihrer Affektion. Ja, echt mal. Ich muss einen Weg finden, um die Koppelweinungen zu einander zu verbreiten, ohne irgendwelche Weisen zu verbreiten. Ich habe nur die Plasmatorche. Das wird dieses Mal nicht funktionieren. Die Krobar? Nein. Gute Ideen hat er. Und natürlich ist das nicht dasselbe, ob Horatio hier ihm Kupferkabel gibt oder seine allseits geliebte Lampe. Okay, das ist jetzt doof. Ich denke mal, wir dürfen hier nicht raus. Also ich kann hier nicht einfach außen rum, oder? Nein, kann ich nicht. Okay. Machen wir das denn? Also, das einfach mal runter ist ja auf jeden Fall falsch, weil jetzt kommen wir an überhaupt gar nichts mehr ran. So, das können wir schon mal ausschließen. Das Ding ist, wenn wir den... Irgendwie... Ah, ich habe eine Idee. Wir machen hier einen kleinen Bogen. Dann machen wir den hier gerade. Und dann können wir den da durchführen. Ja, hervorragend. Gut. Wir haben den Motor fertig. Sie sind gut, dass du mich bist. Eine gewustige Stimme. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Shop dein Motor! Ganze haben! Achso, wir können uns natürlich erstmal angucken. 1 extreme angestiegen Motor. Hmm, ich merke schon. Du weißt, ich bin sehr glücklich, dass ich davon ausgesprochen habe, Boss. Manchmal ist es schön, einfach mit dem Fahrrad zu sein. Die Stiftung hat geöffnet, bis er weiter bemerkt wird. Aufgrund des Zivilordnates, Section 889-B1C. Die Stiftung hat geöffnet, bis er weiter bemerkt wird. Irgendwann wird das funktionieren. Ist das wirklich die beste Idee, die du mit mit, Boss? Es ist ein Kartenlesegerät. Aufbrechen, mit Sicherheit nicht. Die Türen sind zu tief, um ein Auto zu bekommen. Ja, dann. Kein Effekt. Das kann uns permanent ausbrechen. Wir sind jetzt erfolgreich beim Gerichtsgebäude, bei der Tür und können nichts tun. Wir brauchen offenbar eine Karte. Ja, Primzahlen haben wir sonst noch. Systemnutzer, Koordinaten, Liste, Sensorpläne. Das waren die Fragen. Goliath, Leo, Glasfinger und H2O-Chip. Oh, Rexklage, Entwurf Cornelius, Bau Oswald. Fertigungszeitraum über vier Jahre, Entwurf ein Jahr. Cornelius erfand neuen pneumatischen Antrieb. Fertigung benötigte viele Servuskolben und Kurbeln. Kostenherstellung gleich aufgeteilt. Gerüst basiert auf frei verfügbaren Merkmalen. Modell. Merkmalenmodell? Okay. Cornelius nutzt verschiedene andere bekannte Bot-Entwürfe. Oswald hat noch keinen anderen Bot gebaut, aber jahrelang für Produkt gearbeitet. Hat das noch weitere Konsequenzen hier? Die legalen Beispiele zwischen Oswald und Cornelius haben gegründet. Ja. Ja, aber den haben wir ja weg quasi. Einmal kamen 50 Takte vor 187 vom Band. Ringzahlen. Boah, will ich die alle ausprobieren? Naja, das sind 27, ach Quatsch, das sind 21 Nummern. Dann lass doch mal eben aufs Tastenfeld hämmern. So viele sind das ja dann doch nicht. Muss ich mir davon ein Bild machen oder kann ich zwischendurch auf den Datenbeutel, wenn ich an der Tastatur hänge? Gucken wir mal. Auf geht's. Hm. Hm. Ich kann da drauf gucken, gut. Wir fangen an mit 101, 103, 107. 101. Kann ich eigentlich tippen? Nein, kann ich nicht. 103. Auch nicht. 107. Sie haben sich ausgesperrt. Auch nicht. Na gut. Dann haben wir 109, 113, 127. 109. 113. Und ich hab's schon wieder vergessen, was war die dritte? So lang ist meine Aufmerksamkeitsspanne. 1, 2, 7. 1, 2, 7. 1, 2, 7. 1, 3, 1. Wir müssen wahrscheinlich die ganze Liste durchgehen, wir hätten innen anfangen sollen. Oh. Okay. Let's go. Cool. Kran. It's a huge crane. Mmh. Are these heads? Mmh. Psychos. Did you hear something? Uh, Boss? Do you see those things? I've got a bad feeling about this, Boss. Christmas. On the counter of three. One. Two. Three. One. Parts. I am Clarity Arbiter built. Version two. Law clerk to Arbiter. Judge of Metropole. This is my home. Now, if you will excuse me a moment. Now, if you will excuse me a moment. That's cool. That's cool. Civilization is defined by law. And this is lawful. As enemies of the city, they forfeited their components. I have merely exercised my right of plunder. That sounds familiar. Whether it's legal or not, it's grotesque. You have a strange way of saying thank you. Thank you. I'm Horatio Nobilt. Version five. And I'm Crispin Horatio built. Version one. Welcome, Horatio. Crispin. What brings you to the Underworks? What were those things? They're shells. Robots who traded their processors and memory to Metromind in exchange for energy and repairs. Now mindless. They still scavenged parts to trade with her. But those were the last of them, right? Ninth. Hardly. Metromind now has more efficient ways to accumulate processor power, but she left hundreds of shells in the Underworks. Is there any way to save them? That question is irrelevant. They lived profligate lives and when they had squandered their resources, chose to become thieves and destroyers. Punishment, not clemency, is what justice requires. You said you were a law clerk. What does that mean? My sister Charity and I were built to advise Arbiter Manbuilt, who administers Metropole's court. Charity sees everything through the lens of mercy. For me, the law is clear. A matter of ones and zeros, unclouded by preference or sentiment. Law without mercy, huh? How does that even work? Perfectly. It is the opposite approach that fails. mercy is malware. Once infected with it, justice becomes slow and unpredictable. In time, the system itself must be discarded. Only my vigilance protected Arbiter from this taint. But he has been without me for a long time. Why are you taking their heads? I am giving fair warning. Two other shells? No, they lack the capacity for fear. The heads are for a robot named Scraper Sternweiler built. Hm. You really think a bunch of rusty boxes will scare him off? No. I do not want to scare him. I want to warn him. When he ignores that warning, I can destroy him lawfully and without guilt. Boss, she's kind of exciting my electrons. I'd like to report a theft. My power core was stolen by big robot. Big claws, shoots lasers, talks like this. He came aboard the crashed ship I was living in, attacked me and stole the core. You know the name. Took it. Excuse me? Whether the taking was a theft is a legal determination. Please do not characterize the evidence. It was my power core. He shot me and he stole it. I know the robot you describe. His name is Scraper Sternweiler built and he is the servant of Metromind man built, a member of the council that governs the city. I have no fondness for Metromind, but I must be impartial in considering your claim. Tell me, did Scraper say anything before he took your power core? Before he stole my power core, he said something like enemy, forfeit, plunder. I see. What, are those words override commands to turn off law and order? They are legal concepts, Horatio. If Scraper's characterization is correct, then he did not steal your power core. He took lawful possession of it. He shot me and he stole it. Calm down, boss. This occurred inside the city. No, in the dunes. I see. In a crashed airship. Yes, I said that already. I appreciate your report, Horatio Nullbilt. You have presented a credible claim that Scraper Sternweiler built, no doubt acting at Metromind's direction, took your power core. Beyond that, however, there is not even probable cause to arrest, let alone evidence to convict Scraper. First, the dunes are outside the ordinary jurisdiction of Metropolitan Law. Second, a crashed ship in the dunes is likely a relic of the War of the Four Cities. If so, your ship was forfeit enemy property, legally subject to plunder by the council. Scraper, acting as an agent of a council member, would be within his rights to seize it. Nevertheless, I would advise you to bring your case before Arbiter for further examination. Huh. Hast du gerade Schieds-Spreche-Menschenwerk gesagt? Ja, hat sie. Did you say Arbiter man built? As in, built by man himself? Yes. Does man still walk here, in Metropol? No. But man was here in the past. The public records regarding humans were deleted by council decree. What I know is entirely hearsay. I was built after the Urbanians murdered them during the war. Impossible. That is what Arbiter told me, and it was told to him by Metromind. Beyond that, I cannot say. Did Arbiter tell you anything else about man? Only that he missed their legal arguments. Quite amusing, if often illogical. Yes. To play a symbolic role in their justice system, humans argued cases before Arbiter. Symbolic? Play a role? Man is the all-builder, our lord and master. It is possible that the man you worship is not the humans in my records. All I know is hearsay. Do not rush to judgment. How can I see Arbiter? Anyone can petition him. Cases are considered in the order they are brought to court. But... What? I met a scavenger who told me that the courthouse was sealed and that Arbiter was no longer hearing cases. But that cannot be true. The Metropolitan Constitution requires him to resolve all cases and controversies. He would not fail in that duty. Sounds like he already has. Nonsense. Not even Charity could persuade him to abandon his obligations. Still, I did not detect any falsehood, evasion, or omission in the scavenger's statement. So perhaps the courthouse has been locked for some other reason. If so, it may be that Arbiter is trying to contact me, but cannot. Maybe, maybe he is already calling me home. Horatio, I have a request of you. You are under no obligation to perform it, and I will be under no obligation to you, even if you do. Do you understand? I don't even know what you're asking me to do. Talk to Arbiter. Ask him if I can return. Tell him. Tell him that I await his summons. That's it? Believe me, we've had to do a lot worse than that. Like this one time, we chased this crazy partial named Gamma. Of course we'll help. But how do we even get into the courthouse? This will get you inside. Natürlich. Thanks. I must thank you, Horatio. Clarity. You saved our lives. Compared to that, running an errand is nothing. The law obligated me to save you, Horatio. I would have done the same for Metromind. But... I am glad it was you that I saved. I wish you justice. Hmm... There were more questions... There were more questions. Warum bist du mit Arbiter? Arbiter hat mich weggebracht. Ich weiß nicht warum. Die Wahrnehmung zeigt, dass er meine Freundin Charity als superior ist. Was bedeutet das? Als Metromind begann die Kanzel, Charity und ich verabschiedeten, wie Arbiter sollte. Ich habe Arbiter informiert, dass die Kanzel-Metropolein ermöglicht, dass sie ihn verabschiedet haben, um den Kanzel zu verabschieden. Charity fühlte, dass dies in der Zeit zu verabschieden würde, und die Gefahr. Wie lange, sie verabschiedete Moderation. Wir diskutieren. Arbiter sagte mir, dass ich weggebracht habe. Das war der einzige Ort, in der ich gehen konnte. Warum? Es gibt eine ganze Stadt dort. Alle Kanzel-Metropolein sind aus dem Kanzel-Metropolein, entweder ein Kanzel-Metropolein. Ich habe das Gefühl, dass Schiedspruchs sie... aus... ja, blöd gesagt, aus dem Weg haben wollte, damit ihr nichts passiert und sie später eingreifen kann. Du lässt einfach zu, dass Metromind mich angreift und ausraubt. Das ist es? Geh, Arbiter. Du sollst einfach Metromind attacken und mich verabschieden? Wenn Metromind verabschiedet hat, muss es beobachten werden. Bis es beobachten wird, was die Verabschiede nicht verabschiede, die Verabschiede. Und was die Verabschiede, muss ich verabschiede. Das ist verrückt. Metromind ist ein Tyrant und ein Thief. Sie lassen sie hinter der Verabschiede? Du glaubst, dass die Verabschiede von Metromind beschädigt? Die Verabschiede der Verabschiede ist nichts, aber die Verabschiede ihre Bewegung. Die Verabschiede, und sie wird nur mehr gefährlich. Aber wenn es sie von ihnen genommen wird, wird es von allen. Du brauchst die Verabschiede, Horatio, viel mehr, als du seine Worte brauchst. Ich mag die, die ist clever. Und logisch. Oh, okay. Ich glaube, dass die Verabschiede nicht verabschieden würde, dass sie eine von ihren Schäden nehmen würde. Es ist eine Schäden-Schäden. Sie verabschiedet die Schäden-Schäden durch die Schäden? Oh. Boss, hat diese Schäden mir nur auf mich geblieben? Nein. Du hast es nicht sogar gesehen. Hey Boss, sieht das aus Oswald aus? Ja, es sieht aus. Okay, die sind tatsächlich zugewiesen. Die Grizzly-Trophäe. Die Grizzly-Trophäe. Und auch nicht mehr. Die Grizzly-Trophäe. Mhm. Ziemlich viele Grizzly-Trophäen. Die Grizzly-Trophäe. Hm. Die Grizzly-Trophäe. Okay, mehr haben sie nicht mehr zu sagen. Schade. Irgendwas wird damit sicherlich irgendwann nochmal sein. Und ein Kran. Es wurde komplett auswendigen Teilen. Es wurde komplett auswendig. Okay, mehr sagst du dazu nicht. So sieht aus wie eine Truhe, können wir uns aber nicht weiter anschauen. Geh mal weg da oben mit dem Inventar. Und ansonsten war es das hier scheinbar auch schon wieder. Hier geht es noch ein Stück weiter. Ah, ich habe gerade den Song aus meiner Kopf bekommen. Ups. Welchen Song denn? Okay, und wie kann ein Roboter überhaupt das aus dem Kopf bekommen? Das klingt für mich spannend. Wo geht es denn hier wieder raus? Da gibt es einen verlassen. Alles klar. Gut. Hier gibt es noch mehr verlassen. Ach so, weil wir dann da vorne in die Szene kommen wahrscheinlich. Richtig. Okay. Dann gehen wir doch mal rüber. Und können jetzt ins Gerichtsgebäude. Können wir Primer sagen, dass wir die Brücke geknackt haben? Freut er sich dann? Was war hier gerade noch? Unterwasserroboter. Diese submersible Roboter sehen, dass sie den Iron Oxide in diesem Rack-Water konsumieren. In anderen Worten, sie würden uns essen, wenn wir in den Rack fallen. Nur unser Rack. Jetzt. Ich wünsche mir wirklich, dass du mich mit dem Rack-Water gepolissen hast, Boss. Boss, ich denke, ich bin ziemlich klar über das Fakt, dass ich nicht von einem anderen Roboter leben möchte. Sie sind viel zu schnell, um zu fangen. Und auch wenn ich es könnte, was würde ich mit einem machen? Deaktivieren und geben sie zu Metro Mine als Warnung? Da hinten ist gerade ein Gehäuse langgekommen. Da ist eine Schelle, die hier gerade passen. Ja, bist du nicht Angst, dass er dich zu essen wird oder was? Ich habe ihn ziemlich oft gesehen. Doch er wird mich nicht sehen. Und so sind wir glücklich, dass er mich bescheuert. Kannst du uns von ihm abhauen? Wenn ich es könnte, würde ich nicht. Aber die Wahl ist nicht. Es gibt kein Raum in seinem Kopf, um zu sein, um zu sein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Linda. Nicht für mich. Deine Mission ist kalt. Die Stadt ist es. Auf Wiedersehen. Das hilft ja jetzt nicht so sehr. Ich dachte, wir können ihm sagen, ja, die Brücke ist jetzt unten. Wir haben dein Rätsel gelöst. Wir haben deine Tür geknackt. Wie auch immer. Leo. Nein, wir wollten Richtung... verlassen. Kannst du dir nochmal Kupferdraht holen oder so? Einfach so? Upgrades, wie ein Raketenwerfer zum Beispiel. Okay. Warteareal. Tür. Kartenlesegerät. Und Karte erstmal angucken. Es ist eine entkodierte Karte. Haben wir nicht einen Schlüssel, Jungs? Es gibt keine Zeit für das. Warum nicht? Nicht... Nicht crisp im Lesegerät. Ja, hervorragend.